Ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Firma Husch Transporte in Puhlheim. Wir haben so ungefähr 32 Mitarbeiter und sind über Generationen seit 1850 im Geschäft. Wir sitzen hier im Kölner Raum und der Kölner Raum ist einfach einer der Verkehrsknotenpunkte Europas. Und das belastet natürlich unser regionales Netz innern. Wir haben in früheren Jahren auch sehr viel in europäischen Nachbarstaaten transportiert. Das machen wir aber nicht mehr. Der Wirrwarr innerhalb der Staaten war uns zu groß. Und vor allen Dingen die Kostensituation konnten wir nicht mehr mittragen. Dann waren wir nicht mehr konkurrenzfähig. Wenn sich die Harmonisierung weiter fortsetzen würde, dann würden wir auch gerne wieder Ausland fahren. Wir alle wissen, dass wir etwas für unseren Umweltschutz tun wollen. Und das wollen auch wir Spediteure. Wenn wir eine Möglichkeit sehen, CO2 einzusparen, sind wir mit dabei. Aber wenn wir Elektromobilität einsetzen wollen, müssen wir wissen, dass die Fahrzeuge um das Dreifache teurer sind. Dass wir vier Tonnen mehr Eigengewicht haben. Und wir müssen wissen, dass wir eine Infrastruktur haben, die den Problemen überhaupt nicht gerecht wird. Wenn die europäischen Länder weiter so miteinander Handel treiben wollen, dann brauchen wir auch die richtigen Verkehrswege dazu. Das heißt, die Europäer müssten alle daran interessiert sein, dass die deutschen Verkehrsverhältnisse in Ordnung sind. Und ich würde mir wünschen von der Europäischen Kommission, dass sie hier auf die Länder auch Druck macht, die Verkehrswege entsprechend anzupassen.